Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und heute zeige ich dir mal 10 Mix-Hacks, die ich in jedem Mix anwende. Los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wollen wir uns, wie gesagt, mal meinen Top 10 Mix-Hacks zuwenden. Schwieriges Wort. Also die 10 Dinge, die ich auf jeden Fall in jedem Mix mache. Jeder von uns hat ja so seine eigene Vorgehensweise beim Mixen, sei es in der Chronologie, aber auch wie er die einzelnen Instrumente bearbeitet. Am Anfang ist es immer noch nicht so ganz einfach, weil man dann noch nicht so viel Struktur hat, aber je mehr Wichse man anfertigt, umso einfacher wird's und umso mehr Moves hat man drauf, die man eigentlich quasi immer macht. Also Business as usual. Wenn dir dieses Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben dafür gibst und jetzt gehen wir mal direkt rein in Medias Res. Wir fangen an mit Nummer 1. Low Cut in allen Kanälen. Ja, ich benutze tatsächlich in jedem Kanal, den ich habe und oft auch auf den Bussen Low Cuts. Das heißt, ich räume meinen Bassbereich auf und sorge dafür, dass in den meisten Instrumenten, wo ja sowieso keine tieffrequenten Inhalte sind, dass die einfach weggeschnitten werden. Selbst eine Bassdrum kriegt von mir einen Low Cut verpasst, wenn auch deutlich niedriger, bei 20 Hertz oder so. Aber im Prinzip kriegt jedes Instrument und jede Stimme und jeder Track einen Low Cut. Dadurch habe ich ein aufgeräumtes Low End und brauche mich mit Rumpel und Gepumpel nicht auseinandersetzen. So ist es richtig. So, und ich habe den Mixer mal aufgemacht und ihr könnt es schon sehen an den schönen Piktogrammen, die Logic hier ausliefert, dass jeder Equalizer, den ich hier reingeladen habe, mit einem Low Cut versehen. Das hier ist auf der Bassdrum zum Beispiel stellvertretend ein Sicherheits-Low Cut unterhalb von 30 Hertz. Diverse andere Kanäle hier sind mit irgendwelchen Low Cuts versehen. Überall Low Cuts drauf, die dafür sorgen, dass die Kanäle einzeln sauber freigeräumt werden. Und selbst auf dem Bass hier habe ich einen Sicherheits-Low Cut gesetzt, auch wieder hier über 30 Hertz. Jeder Kanal ist schön untenrum soweit sauber freigeräumt bis zu dem Punkt, wo der Low Cut seinen Sound verändern würde. Das heißt, ich schneide alles weg, was sowieso nicht gebraucht wird und dadurch räume ich meinen schönen Mix schön auf. Kompressor nur da einsetzen, wo du ihn wirklich brauchst. Ja, es gibt ja Leute, die das als Automatismus machen. Die nehmen einen Equalizer, das mache ich auch, und einen Kompressor immer sofort automatisch auf jede Spur drauf, damit sie einfach direkt mal einen Kompressor drauf benutzen. Aber man muss eigentlich gar nicht einen Kompressor jedes Mal benutzen. Man muss schon gucken, welches Instrument den Kompressor braucht und welches nicht, weil dadurch hält man seinen Mix transparent und auch dynamisch. Das heißt, man grenzt nicht bei jedem Kanal die Dynamik ein, sondern macht es nur da, wo es wirklich nötig ist. Ihr seht zum Beispiel hier die roten Kanäle. Das sind alles die Einzelspuren vom Schlagzeug. Die haben nicht einen einzelnen Kompressor drauf. Natürlich führen Bassdrum und Bassdrum-Sub hinten nochmal auf einen Bus, wo ich die Basstrommel zusammenfüge und da natürlich mit einem Kompressor versehe. Aber hier, ich hätte jetzt auch auf den Einzelspuren hier schon da mit Kompressoren arbeiten können, habe ich aber nicht gemacht. Speziell hier bei den Gitarren, die braun eingefärbt sind, auch nicht ein einziger Kompressor drauf. Beim Bass habe ich natürlich einen kleinen LA3 draufgeladen, der den Mix hier im Lowend ein bisschen zusammenhalten soll, aber wirklich auch nur Peaks abfangen soll, damit der Bass auch da seine Dynamik einig behalten kann. Und so kann man, wenn man mal hier auf die Wellenform drauf guckt, vom Bass, ich zoome hier mal rein, mach den Mixer mal aus, dann kann man hier sehr schön sehen, wie der dynamisch ist und dementsprechend natürlich auch eine leichte Bearbeitung brauchen kann. Wohingegen hier drunter die Würste zum Beispiel von den Gitarren, da sind ja keine Kompressoren drauf. Da könnt ihr schon sehen, dass da jetzt keine Megapiks sind und dementsprechend natürlich die Dynamik da auch nicht von dem Kompressor eingefangen werden muss. Also ich setze Kompressoren immer nur da ein, wo ich sie auch wirklich brauche. Und das spart Prozessor-Power und ich bilde mir ein, dass der Mix dadurch auch ein bisschen dynamischer klingt. Sauberschneiden. Was bedeutet denn sauberschneiden? Eine blöde Fleißaufgabe, aber die sich auf jeden Fall lohnen kann. Denn zum Beispiel bei Toms, wenn das Tom nur selten gespielt wird, kann man alles, was vor und nach dem Trommschlag liegt, einfach wegschneiden. Bei Chören, also wenn man Vocals eingesungen hat und die dann zu einem Chor zusammensetzt, alles, was zwischen den Chorgesängen kommt, einfach wegschneiden, denn da ist jede Menge Mikroblied und sonst was irgendwie. Man kann seinen Mix schön sauber und transparent halten, wenn man sich diese Fleißaufgabe mal zu Herzen nimmt und bei jedem Kanal durchführt, wo sie nötig ist. Ach ja, sauberschneiden. Die schöne, schöne Fleißaufgabe. Ihr seht es ja bei den Toms zum Beispiel, wo ich es gemacht habe. Da ist vor und nach dem Tomschlag ist alles freigeschnitten. Ich habe da schon mal ein Video zu gemacht. Aber hier unten zum Beispiel, wenn ich die Chorspuren aufmache, dann seht ihr auch, dass im Prinzip, wenn ich mal hier hinten reingehe, wo wirklich ganz viel Chor gesungen wird, dass zwischen den einzelnen Einsätzen des Chors wirklich alles freigeschaltet ist, dass also kein Mikrofonbleed, wie man so schön sagt, also die Einstreuung über das Mikrofon, kein Micbleed sich hier irgendwie in den Mix reinfummeln kann. Denn ihr seht schon, ich habe hier so viele Chorspuren, wenn die jetzt alle offen bleiben würden, das heißt, ihr hört immer noch so ein kleines bisschen im Hintergrund dann, wenn ich nicht singe, den Mix, der durch den Kopfhörer durchkommt. Wenn sich das addiert hier über 10 oder 15 Kanäle, dann kann das schon mal den Mix versauen. Und dementsprechend schneidet einfach in einer kleinen Fleißaufgabe alles weg, wo kein wirkliches Nutzsignal drauf ist und haltet euren Mix dadurch sauber. Geht schon. Busse anlegen. Ja, wir wollen nicht mit dem Bus fahren, sondern wir wollen Busse anlegen. Das heißt, Untergruppen, auf die wir verschiedene Signale routen. Ich zum Beispiel habe immer zwei Busse, die ich auf jeden Fall in jedem Mix benutze. Einmal einen, wo nur die Musik draufläuft, meistens heißt er bei mir Mucke komplett, und einen Vocals-Bus, wo alle Vocals drauflaufen. Die beiden schicke ich dann zusammen, meistens auf den Master-Bus und bearbeite dann nochmal nach. Dadurch kann ich die Lautstärkeverhältnisse unterschiedlich bearbeiten. Ich kann verschiedene Equalizer- und Kompressoreinstellungen vornehmen. Aber ich kann vor allem auch mal eben die Vocals muten, wenn ich nur die Instrumente hören will. Und das ist schon sehr praktisch. Ja, und das sind die beiden angesprochenen Busse, die ich hier mal markiert habe auf der rechten Seite. Mucke komplett und Vocal komplett sind die beiden Busse. Und die haben einfach den Vorteil, ich fasse einfach auf Mucke komplett alle Instrumente zusammen und auf Vocals komplett alle Vocals. Das heißt, mit einem simplen Klick hier auf den Mute-Schalter von den Vocals kann ich dafür sorgen, dass der Mix plötzlich zu einer Playback-Version wird. Und umgekehrt kann ich, wenn ich die Vocals bearbeiten will, auch durch einen Klick auf die Mucke einfach die Musik komplett wegschalten und kann mir nur die Vocals anhören. Das ist wirklich sehr praktisch. Ich lege auch Unterbusse an. Also die unterhalb dieser großen Busse, wie ich sie mal nennen möchte, angesiedelt sind zum Beispiel ein Drumbus. Und der Drumbus wird wiederum gespeist von einem Overhead-Bus und einem Bassdrum-Bus und einem Snare-Bus, wo ich verschiedene Signale zusammenfasse. Denn die Bassdrum besteht aus Bassdrum und Bassdrum-Sub zum Beispiel. Also so eine Subkipp, die ich davor gehabt habe. Die Snare besteht aus, jetzt hätte ich fast den hier gemacht, die Snare besteht aus Snare-Bottom und Snare-Top. Und so kann man schön die ganzen Sachen zusammenfassen. Ich habe aber auch hier für die Chöre zum Beispiel einen Bus gemacht. Das ist in Logic sowieso sehr praktisch, weil ich dadurch hier komplett, wie ihr schon sehen könnt, einmal den Bus habe, wo ich den kompletten Chor zusammenmischen kann und auf der anderen Seite aber hier mit einem Klick den kompletten Orte zusammenfahren kann und den Mix wieder aufräumen kann. Also Busse sind sehr praktisch und vor allem zumindest die Schlussbusse, die Masterbusse für Musik und Vocals, die solltet ihr euch anlegen. Darunter Geschmackssache, aber ich mag es halt so. Mit einer konservativen Lautstärke mischen. Das bedeutet, dass man nicht so laut mischt und seine Instrumente alle volle Pulle auf Maximalanschlag aussteuert, denn sonst übersteuert man seinen Hauptbus. Ich habe ja gerade gesagt, ich mische mit Unterbussen und ich schaue immer so, dass ich, wenn ich so das Schlagzeug gemischt habe, dass das so ein RMS-Pegel bei ungefähr minus 18 dB ungefähr hat. Und von da aus muckele ich mich dann mal nach oben im Mix und schaue dann, wo ich rauskomme. Und am Schluss kann ich ja alles immer noch lauter machen. Zu leise ist immer noch besser als viel zu laut, denn viel zu laut übersteuert. Ja, und wie konservativ meine Musik beim Mischen ist, das schauen wir uns mal hier stellvertretend beim Drumset an. Ich habe auf dem Masterbus, auf dem letzten Bus, den Limiter ausgemacht, mit dem ich den Song normalerweise auf Lautstärke ziehe. Und wir hören jetzt mal nur rein, mit welcher Lautstärke ich beim Schlagzeug angefangen bin, nachdem ich es gemischt habe. Das klingt so. Ihr könnt hier am Multimeter-Tool hier auf der rechten Seite schon sehen, die mittlere Lautstärke, das sind die beiden schmaleren Balken, die hier ausschlagen. Oder hier in diesem Fall an der LUFS, das muss ich nochmal genau recherchieren, was LUFS genau bedeutet. Vielleicht schreibt ihr es uns einfach mal unten rein, damit ich da direkt aufgeklärt bin. Ich schaue einfach nur, wie hoch der ausschlägt an der Stelle. Das ist die mittlere Lautstärke. Und wenn der nicht lauter als minus 18 hier in dem Bereich ist, für ein Schlagzeug ohne Limiter, dann bin ich genau auf der richtigen Seite. Und das Schlagzeug ist, wie gesagt, so laut beim Mix. Ja, minus 20 dB. Und darauf baue ich dann den kompletten Mix auf. Und wenn mir das beim Abhören zu leise ist, kann ich ja immer noch den Lautstärkeknopf einfach am Monitor-Controller laut schieben. Das hat den Vorteil, dass ich laut hören kann, ohne, dass ich aber meine Busse hier überfrachte oder in die Verzerrung treibe. Und dann kann ich am Schluss einfach mit dem Limiter meinen Mix dann auf Master-Level raufziehen oder auf den radiotauglichen Level hochziehen und habe keine Probleme, dass zwischendurch im Mix einfach irgendeiner der Busse übersteuert. So halte ich meinen Mix clean, transparent und kann am Schluss einfach dafür sorgen, dass es laut wird. Ganz easy. Ja, das Thema Panorama, da kann man sich schon ziemlich lange drüber austoben. Viele Leute haben da schon Doktorarbeiten drüber geschrieben, wo man was, wie, wohin pannt. Ich mache es ganz einfach. Links, Center und Rechts. Damit fange ich jeden Mix an. Das heißt, ich mische erstmal grob, wenn ich den Grobmix zusammenstelle, alles nach links hart außen, rechts hart außen oder in die Mitte. Und falls ich dann hinterher im Mix das Bedürfnis habe, dass eine Sache nicht ganz so am Rand liegt oder so, dann hole ich sie wieder zurück. Aber grundsätzlich starte ich immer mit einem LCR-Panning. So, und wenn man sich den Mixer genauer anguckt, dann sind wir hier hinten bei den ganzen Bussen. Die sind natürlich in die Mitte gepannt. Das ist ja völlig klar, das sind Stereobusse. Dementsprechend möchte ich die eigentlich nicht nach links oder rechts außen pannen. Aber wenn wir hier mal auf die Einzelspuren gehen, dann seht ihr schon, hier sind die beiden Vocals zum Beispiel, die den Hauptgesang doppeln, sind links und rechts außen gepannt. Dann hier ist alles in der Mitte. Dann habe ich hier die Gitarre nach rechts außen, die andere Gitarre nach links außen, die Akustikgitarre nach links außen. Und einzig hier die Hi-Hat, die ist ein kleines bisschen aus dem Center rausgeschoben und jetzt nicht hart links gepannt. Das liegt einfach daran, dass die Informationen, die übers Overhead reingekommen sind, einfach gesagt haben, die Hi-Hat liegt nur ein bisschen links und nicht volle Pulle links. Und damit ich da das Signal nicht zerreiße, habe ich sie halt ein bisschen nach links gepannt. Alles andere entweder Mitte, links oder hart rechts. Und ich glaube nicht, dass ich im weiteren Verlauf dieses Mixes das noch ändern werde. Ein Bass-Amp-Flug-In. Jo, das benutze ich tatsächlich jedes Mal, denn ich stecke meinen Bass normalerweise rein in den Pre-Amp und gehe dann direkt auf die DAW drauf. Und es klingt normalerweise mittelschön. Das kann man natürlich mit einem Equalizer nachbearbeiten, mit Kompressor und so weiter und so fort. Aber ich finde, ein Bass-Amp-Plug-In ist auf jeden Fall der Mega-Killer. Bei Pro Tools gab es schon immer den Tech 21 Sans-Amp mitgeliefert. Den gibt es sonst nirgendwo. Aber ich habe ein schönes Plug-In gefunden, mit dem man fast das Gleiche machen kann. Und das ist bei mir mittlerweile schon fast Pflicht auf dem Bass-Bus. Ach, ich liebe dieses Plug-In. Das ist so geil. Ich war immer so neidisch auf die Leute, die bei Pro Tools sind, denn die kriegen bei Pro Tools direkt als Plug-In den Sans-Amp mitgeliefert. Und ich finde, das Ding klingt einfach geil. Aber ich war dann auch zu geizig, die Hardware-Einheit hier einfach ins Reck zu schrauben. Aber mit dem TSE-BOD-V2 von TSE-Audio, der auch noch zu allem Überfluss kostenfrei zu erhalten ist, Link unten in der Videobeschreibung, da habe ich einfach den passenden Ersatz gefunden für den Sans-Amp. Und das Ding ist dem nachempfunden. Und ich mache den mal aus. Und wir hören dann, wenn ich ihn dazuschalte, wie das dann mit und ohne klingt. Also erst ohne. Und mal Solo. Drahtbass locker in die Dose reingespielt. Und dann. Junge, Junge, das ist mal ein völlig anderer Sound. Das klingt gleich viel beefiger, würde der Englisch sprechende sagen. Also fleischiger. Es hat einfach mehr Saft. Es klingt mehr nach Amp. Es klingt mehr nach Bass. Und nicht einfach so dröge reingespielt in die D-I-Box. Und deswegen bei mir fast immer mittlerweile auf dem Bass-Bus zu suchen, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie ein anderes Ampec-Plugin zum Beispiel reinlade. Aber nein, ich glaube, das ist erst mal für die nächste Zeit mein Bass-Amp-Plugin to go. Die Drums bekommen bei mir auch immer ihren eigenen Raum. Das heißt, ich habe verschiedene Räume, die ich normalerweise im Mix benutze. Und die Drums bekommen natürlich von mir auch einen eigenen Raum. Das heißt, alle Trommeln, alle Becken, alle Overheads, alles Sonstiges geht auf den Bus, wo die Drums ja normalerweise drauflaufen. Und kriegen dann quasi einen Raum verpasst, sodass das ganze Schlagzeug auch gefühlt in einem Raum steht. Aber wenn ich die Snare betrachte, die Snare kriegt immer noch mal eine Extraplatte dran. Dadurch kann ich die Länge und die Knalligkeit von der Snare steuern. Und das geht eigentlich super gut mit einem Snare-Plate-Plugin. Und wie das genau klingt, gucken wir mal kurz. Wie gesagt, die Snare bekommt bei mir einen eigenen Raum. Eigentlich bekommt das ganze Schlagzeug einen eigenen Raum. Alle Trommeln stehen dann quasi in diesem Raum drin. Und dieser Raum sorgt dafür, dass das Schlagzeug aus diesen ganzen einzelnen Signalen dann zu einem einzelnen Instrument zusammengegossen wird. Aber irgendwie mag ich es, wenn die Snare noch einen eigenen Raum kriegt. Das machen viele andere Mischer auch. Und ich mache das natürlich auch gerne mit einer Halbplatte. Wir hören mal rein, wie die Snare hier ohne klingt. Und danach schalte ich sie dann mal zu. Also ohne klingt sie ein bisschen müde, langweilig. Mit klingt sie luftig, etwas länger. Und wenn ich das ganze Drumset anmache, dann hört ihr sofort, was ich meine. Ich mache das nochmal aus. Und dann hören wir mal, was passiert, wenn ich ihnen zugebe. Die Snare kriegt für mich einfach eine weitere Dimension dazu und gehört einfach noch mehr in diesen Mix rein. Und wenn der ganze Mix spielt, ist es noch viel schöner. Also bei mir das ganze Schlagzeug mit einem Drumraum versehen und dann die Snare nochmal mit einer extra Halbplatte versehen. Bene. Automation, meine Güte, noch so eine Fleißaufgabe. Aber auch ein schönes kreatives Tool, mit dem man seinen Song richtig schön dynamisch gestalten kann. Einige Leute setzen Automation sogar auf dem Masterbus ein. Das heißt, sie sorgen dafür, dass die Strophen immer so 1,5 dB leiser sind als hinter der Refrain. Dadurch kriegt man so einen kleinen Lift schon rein in den Song und kann dadurch schon alleine dadurch schon damit sorgen, dafür sorgen, dass der Song im Refrain ein bisschen besser klingt. Denn unser Ohr denkt ja immer, was lauter ist, klingt auch besser. Man kann mit Automation, aber auch zum Beispiel Lautstärke von verschiedenen Instrumenten regeln. Man kann IQ-Kurven fahren und so weiter und dadurch seinen Mix wirklich schön kreativ und dynamisch gestalten. Und das ist wirklich ein sehr praktisches Tool, wenn auch ein bisschen zeitaufwendig. Da passt es ja nichts. Tja, Automation. Ich habe hier mal beispielhaft die Snare-Bottom-Spur rausgenommen. Warum? Ich hatte den Eindruck, dass die Snare ein bisschen weniger aggressiv sein sollte, wenn wir in die Strophe reingehen bei diesem Mix. Und dementsprechend habe ich gedacht, damit ich die ganze Snare nicht runterfahren muss, sondern nur die Aggressivität ein kleines bisschen rausnehme, automatisiere ich einfach die Lautstärke von Snare-Bottom, also von dem Mikrofon unter der Snare, was auf den Teppich ein bisschen einfängt. Und ihr seht, dass ich hier den normalen Pegel bei minus 3,3 dB habe, aber in der Strophe fährt er runter auf minus 8, also verliert 5 dB, um dann hier kurz vor der Strophe wieder angehoben zu werden. Und der Snare so stückweise mehr Energie zu geben, damit sie wieder im Refrain ein bisschen mehr Energie hat. Und hier unten habe ich was Ähnliches gemacht bei den Keyboards, zum Beispiel auf der rechten Seite. Hier seht ihr es. Genau, da habe ich auch die Lautstärke ein bisschen angehoben, damit sie im letzten Refrain hier an dieser Stelle noch ein kleines bisschen mehr Gas geben können. So könnt ihr einzelne Spuren dynamisch gestalten und entsprechend an Strophe anpassen, nicht gestalten, an anpassen, also ein bisschen leiser vielleicht machen und dann wieder ein bisschen lauter. Oder ihr macht sogar den ganzen Mix, dass ihr auf dem Masterbus lautstärke Automation benutzt. Das heißt, ihr könnt auch auf dem Masterbus zum Beispiel im Refrain, wie ich es gerade schon gesagt habe, 1 dB vielleicht runternehmen und dann, nee, in der Strophe 1 dB runternehmen und im Refrain dann 1 dB mehr. Dadurch habt ihr auch so einen kleinen Lift zum Refrain hin, der dann doch noch ein bisschen geiler klingen lässt. Lohnt sich. Das letzte Plug-in in der Kette und zwar auf dem Masterbus ist immer der Limiter. Man kann danach noch ein Multimeter, also so ein Tool nehmen, mit dem man die Lautstärke misst, aber das letzte klangbeeinflussende Plug-in sollte immer der Limiter sein, denn damit macht man am Schluss, wenn man schön konservativ gemischt hat mit der Lautstärke, seinen Mix nochmal schön laut, bringt ihn auf Radiolautstärke und damit ist das Plug-in Limiter das letzte. Wenn man danach noch einen Kompressor machen würde, würde man wieder die Endlautstärke nicht unter Kontrolle haben und das ist sehr unpraktisch. Also der Limiter ist das letzte Plug-in auf der Kette. Jo, der Limiter ist das letzte Plug-in auf der Masterbus-Kette und ihr seht hier mal meinen Masterbus hier auf der linken Seite. Hier ist ein Pro-Q 2 reingeladen, um einen, was macht der? Einen Sicherheits-Lockard. Okay, haben wir schon davon gesprochen. Dann habe ich hier einen Bus-Kompressor von SSL drauf, den G-Bus-Kompressor-Standard in der Mastering-3-Preset-Einstellung. Den packe ich nie an, den lade ich drauf. Dann mache ich das Mastering-3-Preset und fertig ist die Laube. Der macht genau das, was er soll. Ein bisschen noch hier am Threshold anpassen, aber das war es im Prinzip. Und wie gesagt, das letzte Tool hier, also das letzte Plug-in, was den Sound beeinflusst, ist bei mir der Limiter. Der wird immer so eingestellt, dass er nicht lauter als minus 1 dB rausgibt und dann kann ich hier einfach über den Input steuern, wie laut der Mix am Ende des Tages werden soll. Und das kontrolliere ich über das Multimeter, wo ich ja hier gerade schon gezeigt habe, dass man hier die mittlere Lautstärke hören kann. Das heißt also nicht die Peaks, die werden hier bei minus 1 dB abgeschnitten, sondern die mittlere Lautstärke, das heißt die gefühlte Lautstärke, die gemittelte Lautstärke, wie auch immer, habe ich schon mal ein Video dazu gemacht, kann ich auch mal verlinken. Auf jeden Fall schaue ich, dass das hier im Bereich minus 12 dB sich einpegelt, wenn ich den Limiter anhabe, damit der Song dann auch die richtige Lautstärke im Vergleich zu den Titeln zum Beispiel im Radio hat. Aber da das Multimeter den Sound ja nicht beeinflusst, sondern nur misst, ist das letzte klangbeeinflussende Plugin der Limiter. Und es ist wichtig, dass der Limiter das letzte ist, denn mit einem nachgeschalteten Kompressor könnte man, wie gerade schon gesagt, den Sound nochmal ruinieren, weil dann ist er wieder lauter als minus 1 dB und könnte verzehren, wenn man ihn ausspielt. Deswegen Finger weg von Plugins hinter dem Limiter. Der Limiter ist das letzte Plugin. Das waren sie also, meine 10 Mix-Hacks und vielleicht hast du ja das ein oder andere, was du uns noch erzählen kannst, was du auf jeden Fall bei jedem Mix auch machst und was ich vielleicht bei meinen 10 nicht aufgezählt habe. Schreib es mir gerne unten in die Kommentare und dann können wir es alle lesen. Wenn dir dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und mit einem Abo bleibst du auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es nächste Woche auch weitergeht. Neben dem Abo gibt es übrigens diese kleine Glocke, die man klicken kann und dann kriegt man auf jeden Fall auch einen Hinweis, wenn das nächste Video rauskommt, weil sonst YouTube ist groß und das Internet ist weit. Mal gucken, ob sich das durchsetzt, dieses Internet. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf jeden Fall nächste Woche wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassu.